So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich wir sollen ja zweimal einen Treffer landen mit der in Anführungszeichen neuen Ranger Schrotflinte. Ihr seht schon, die Aufgabe kann ich euch schon nicht mehr zeigen, nämlich hier ist halt einer gelandet, ohne irgendwie eine Waffe zu finden. Und ich habe ihm natürlich die zwei Hits gegeben, habe aber noch nicht auf Aufnahme gedrückt, weil er natürlich auf der Suche war nach einer neuen Waffe, beziehungsweise generell nach einer Waffe. Aus dem Grund kann ich euch jetzt nicht zeigen, was ihr genau machen müsst, aber ihr wisst ja, normalerweise mache ich die Aufgaben immer im Video, aber das ist ein bisschen schwer zu planen, da genau die zwei Treffer zu machen. Und ich empfehle euch halt wirklich, macht es am besten in Gruppenkeile, weil da werdet ihr schon irgendwie hinter einem landen, der eventuell mal auf K ist oder so, man kennt es. Aber wie gesagt, gebraucht wird halt genau diese Schrotflinte damit zwei Hits machen. Denkt dran, ihr habt mit der Waffe auch eine ziemlich hohe Range, also ihr könnt ruhig schon ein bisschen weiter wegschießen und so werdet ihr das Ganze auch schaffen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und haut rein.